Wettverbände Indien und Lützebueich. Hin fällt dem Dorf wohl, als ich nannte Lakshmi Mittal, die vor einigen drei Jahren ein Schmelzen abgekauft hat. Plützebueier wären nur ganz schön not amused darüber. Das müssten ihnen der Dach weg tun, oder? I think it has already been finalized. And it has already been finalized. You see, we have to only move ahead. Da das lange ist, wir müssen nur vier gucken, sieht Maira Kuh mehr sinngemäss. Symptomatisch stehen auf der Pressekonferenz. Wenn Indra Lützebueier man nicht sprechen, da stossen auch zwei Diskussionskulturen nach Benin. Extrem höflich, am Ton, wenig konkret, dann handfest an der Aussage. Ein Beispiel aus der Sitzung mit der Schamberdelegation. Ob der Klimaschutz geht, Präsidentin Uge Schwet, wird Position von ihrem Land aus. Madame Kummer verweist auf den Agrarsektör, an ihrer Hemis, die wird Landwirtschaft überall extrem klimaaufhängig ist, für die eine Klimakatastrophe also fatale Konsequenzen hat. Durch nur kommen zwei Schifferen. Die USA produzieren mehr als 20 Prozent vom weltweiten CO2. Indien macht feiermal mehr auf, wenn man knapp über vier Prozent nimmt. Und das wäre dann. Aber was bedeutet, dass die Indra nicht schulden und Probleme sind, und darf ich auch nicht fanden, sie müssten nicht lesen. Just den Zusatzkönternever nach. Wir haben ganz streng gesetzt, um die Dorfholze für Böscher zu verhören. Indien und Lützebüch. Beide Länder unterscheiden sich nicht schüßt an der Gräste. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht kein Geschäfte mitnehmen. Der Sudir Kohli peckt doch gerne in Hand. In das Gebiet ist in Inder, lef aber schon seit 35 Jahren zu Lützebüch. Zu jemals war er mitbegründet von der IBCL, der indisch-lützebüchische Handelskummer. Der Finanzsektor ist natürlich wichtig. Darüber hinaus aus Indien ob da sich noch Investitionen am Bereich von den Infrastrukturen zählt, ob das Lützebücher Betriebe aus dem Bereich an Indien kommen oder dass sie mit Lützebücher Fungen an Indien investiert werden. Einer Bereich, wo Interesse besteht, sind die Ernährungsindustrie, Gewässerklärung an Operatoren und auch dort kann Lützebüch sicher helfen. Lützebüch kann natürlich auch für Indische Betriebe interessant sein. 10. Dezember 2005, als Tata hat aktiv ein gigantischer Konzern weltweit erzeugt, hat zu Lützebüch am Bereich IT Konsultanz, Entwicklung, Support und Maintenance für spezielle Applikationen für die Banken. Die Plätze finanzielle in Lützebüch hat sicherlich ein Attrait von seinem Namen der Bank und auch der 2. Platz im Weltall in der Repräsentation von der Industrie des Fonds. Das war die principale Attrait auf der Plätze von Lützebüch. Ob nun sich leider ein effektiver Entretang gewusst, eine knappe Feierle von den Männerbüchtern sind Inder, sehr spezialisiert in Informatik an der Hauptsache und ihnen ein Teil wie einer Welt an der westlichen Welt fehlt. Das ist ein Problem für Indien, dass die besten Köpfe an das Ausland gehen. Die sogenannte Braindrain defekt, dass viel von unseren guten Leuten fortgegangen wird, weil die Erbskonditionen an Zallern einer wird besser werden, als effektiv ein Zeiteproblem gewirkt. Mit ein dränger Weilchen wollen wir uns aufgemacht haben. Weil unsere Ökonomie immer besser ausschwungen könnte, können wir die Leute auch attraktive Bedingungen offreieren, sodass wir auch feststellen, dass es dann die andere Richtung geht. Es kommt darum viel zurück. Der Braindrain, der vorhin stattgefunden hat, ist jetzt in der Rückseite. Mayra Kummer, die er freundlich von ihrem Homologe Laurent Moser an der Schambe empfangen hat, als die Eistfrau, die er entspötzt vom indischen Parlament gewählt hat. Überhaupt sind Frauen an der indischen Politik ganz gut vertruden. Die Egalitätsministerin hat sich an einer Entrevue für die sehr interessiert. Sie sind effektiv ganz gut vertruden hauptsächlich an den jeweiligen Gremien. Ich finde sie auch gefreut, wie sie das gemäht hat. Für mehr Frauen zu verzeigen, sich politisch zu engagieren. Und Madame Kummer hat gesagt, dass wir am Funger-Leute haben wir gerne diese verdünfte, die Frauen an das Boot geholt haben am Kader der Großen Freiheitsbewegung um zu weisen, wir brauchen Frauen, wenn wir auf die Führung kommen wollen. Das ist ein Funger-Leute-Massage für mich. Ich wollte auch die ganze Zeit gehen. Wir müssen Männer auffreien um den selben Strang zu haben, was wir wollen, weiterzukommen in unserer Gesellschaft. Das ist eine Menge sie machen. Und für die traditionelle Niederbemel verschwind, setzt Indien übrigens auf die Quote. Um regionalen und lokalen Plan existiert schon ein Gesetz für auch ein Drittel von den Sitz am Nationalen Parlament für Frauen zu reservieren, also Navi. und die Kollegen von der Niederbemelung. von der Niederbemelung.